Ich warte auf dich. Auf einer Bank in der Stadt Nummer 17.0196b. Ich hab dich gesucht, mich gesucht. In dieser der Stadt, die mich erinnert an eine Stadt, die mal eine echte Stadt war. Ich bin angepasst, weil dadurch falle ich nicht auf. Du bist angepasst und deswegen sehe ich dich nicht. Stell eine Frage. Ich stelle eine Frage. Glaubst du auch an etwas? Weil wenn man glaubt geht's einem gut. Oder es geht dir schlecht. Das ist dann deine Schuld, dass es dir schlecht geht, weil du daran glaubst, dass es dir schlecht geht. Verstehst du? Deswegen glaub ich. Damit es mir nicht schlecht geht. Verstehe. Ja. Abgelenkt werden. Gelenkt werden. Ich mache ein kurzes lustiges Video auf meinem Bildschirm an und wir schauen es. Können wir kaputt werden? Die Welt ist hässlich in der wir sind. Deswegen halte meine Handfläche, damit die Menschen wissen, dass wir eine Einheit sind, die miteinander Babys macht und Kreditschulden abbaut. Du redest. Ich höre. Ich hab ein Silikonherz. Ich rede. Du hörst. Leid dir deine Szene kaufen. Ich habe eine neue Verbrechung in die Hände. Stolz dich. Ich mache dich. Ich habe die Handfläche. Ich habe die Handfläche. Ich habe die Handfläche. Ich habe die Handfläche. Ich habe die Handfläche.